Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Skalierung, Transformation ist ja seit Jahren das Dauerthema der Dauerbrenner in den meisten Organisationen, aber so richtig funktionieren, tut es dann, wenn man genauer hinschaut, eben doch nicht. Und gerade das Thema agile Transformation, in dem Sinne, dass zwar alle agil transformieren, aber kaum jemand wirklich agiler geworden ist. Da gehen wir jetzt mal direkt rein und wollen mal eine kurze, knackige Folge dazu aufnehmen, was bedeutet eigentlich, richtig agil zu skalieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Heiko, schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Was ist denn so deine Erfahrung, wenn es ums Thema Skalieren geht? Also tatsächlich war meine allererste agile Transformation oder Scrum-Einführung in einem Unternehmen war direkt eine skalierte Einführung, aber das war noch bevor ich auch nur irgendwie mal etwas von Less Safe und den anderen Frameworks gehört hatte. Wir haben uns aber wahrscheinlich an so ein paar Prinzipien orientiert und haben einfach in dem Unternehmen eine Skalierung aufgebaut, die dort ganz gut funktioniert hat. Mit ein paar Prinzipien, einfachen, agilen Prinzipien. Und tatsächlich waren die Teams an sich verdammt autark. Natürlich gab es aber trotzdem irgendwie übergreifende Themen. Also da ging es darum, so Budgets zu verteilen. In welche Produkte investieren wir in diesem Jahr? In welche vielleicht mehr? In welche weniger? Und darüber haben wir eben ein Stück weit hoch skaliert, um Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen zu demselben Thema zu treffen. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Begriffsklärung. Es gibt ja den Begriff der Transformation. Es gibt den Begriff der Transition. Transition ist der Prozess, dass ich verändere mich. Transformation ist der Zustand, ich habe mich verändert. Und Skalierung bedeutet, ich möchte größer werden. Ich möchte mich mehr in die Größe und die Breite bewegen. Oder anders gesagt, ich möchte die Abhängigkeiten managen. Das ist meistens der, der Unternehmen stellen fest, oh, die Teams haben irgendwie Abhängigkeiten. Da brauche ich irgendwie etwas, um das zu koordinieren. Ich werfe als These in den Raum, bevor ihr skaliert, deskaliert. Gehe ich mit. Statt sich zu überlegen, wie ich ein x-beliebiges Framework nehme, was die komplizierten und komplexen Zusammenhänge, die ich im Unternehmen vielleicht jetzt schon habe, noch komplexer und komplizierter zu machen, indem ich da noch ein Framework obendrauf kippe, den ganzen Laden noch in Unruhe schicke, wäre der Ansatz des Deskalierens, zu sagen, okay, was muss denn eigentlich passieren, damit wir auf so einer kleinsten Ebene, wie zum Beispiel einem Team, in der Lage sind, wirklich nach agilen Prinzipien zu arbeiten. Was hindert uns aktuell daran, dass ein erstes Team in der Lage ist, wirklich zu arbeiten? Was sind denn so typische agile Grundprinzipien, Heiko? Also wenn ich an Team denke, dann natürlich Cross-Funktionalität, Unabhängigkeit von anderen Teams, die vielleicht auch daraus entsteht, Fokus zu haben, sich auf Sachen konzentrieren zu können und nicht alles gleichzeitig machen zu müssen, weniger Multitasking oder Context-Switching. Kundenorientierung hatten wir natürlich, also direkten Kundenkontakt wäre so ein Prinzip. Autonomie. Autonomie. Unabhängigkeit, End-zu-End-Verantwortung. Ja, genau, die Verantwortung tatsächlich zu übernehmen und nicht nur Erfüllungsgehilfe für etwas zu sein. Und letztlich auch die Scrum-Wert, Offenheit, Mut, Risikobereitschaft, ja, alles das, was da so ein Stück weit mit drin steckt. Naja, und letztendlich auch alles das, was wir im Agile Manifest finden können. Das empirische Vorgehen, das wird oft stiefmütterlich behandelt. Also Entscheidung auf Basis von konkreten Beobachtungen treffen, auf konkreten Daten und nicht einfach nur willkürlich oder weil ich gerade die Macht habe, es entscheiden zu dürfen. Oder weil es sich gut einfühlt. Das sind ja jetzt doch schon eine ganze Menge Themen, die allein auf der untersten Skalierungsebene eine Bedeutung haben. Lass uns mal ein, zwei Themen rausgreifen. Ich würde sagen Interdisziplinarität und Fokus. Was glaubst du, was bedeutet das als Unternehmen interdisziplinäre Zusammenarbeit zu erreichen? Es gibt ja auch im agilen Umfeld, wenn man mal unter die Oberfläche guckt, viele Organisationen, die eben nicht interdisziplinäre Teams, cross-funktionale Teams mit End-to-End-Verantwortung haben, sondern eben viele arbeiten mit Komponententeams, Modulteams, also wo Teams anderen Teams zuarbeiten. Und eben nur, dann gibt es ein Frontend-Team und ein Backend-Team und dann gibt es noch ein DevOps-Team. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, was das denn genau bedeutet. Und natürlich entstehen so Abhängigkeiten. zwischen den Teams, weil die einen halt Lieferanten für die anderen sind und umgekehrt. Und das muss natürlich gemanagt werden und das schafft Schnittstellen, das schafft Komplexität. Und es schafft vor allen Dingen auch Abhängigkeiten. Es schafft Abhängigkeiten und Reibungsverluste. Da gehen Sachen verloren. Es dauert vielleicht länger, weil die Priorität nicht ganz klar ist, weil jedes Team ja wieder unterschiedliche Prioritäten hat und so weiter und so fort. Das ist so der übliche Wahnsinn, der glaube ich überall abgeht. Wenn das jetzt im vermeintlich agilen Kontext stattfindet, dann ist das für mich Pseudoagilität, weil ja Grundvoraussetzungen für schnelles, adaptives Arbeiten eigentlich nicht gegeben ist, wenn ich so eine Komplexität mir selber qua Struktur gebaut habe. Ich würde mal interessieren, wie viel Prozent der Scrum-Teams tatsächlich interdisziplinär aufgestellt sind mit End-to-End-Verantwortung und wie viele eben tatsächlich in einem Wasserfallprozess hintereinander geschaltet sind. Aber wir müssen auch an der Stelle sagen, Agilität ist nicht automatisch Scrum. Absolut, ja. Grundfrage ist, bin ich ein Komponententeam oder bin ich interdisziplinär aufgestellt? Wobei das natürlich überhaupt erstmal ein Team zu haben, die gemeinsam Wertschöpfung betreiben, ja oft schon ein großer Gewinn ist. Es gibt viele Unternehmen, die eher Arbeitsgruppen haben, die einfach stupide Aufgaben abarbeiten, die ihnen von anderen Leuten vorgedacht und vorgegeben werden. Aber wir wollten jetzt kurz über das Thema Interdisziplinarität sprechen. Was ist eigentlich der Vorteil in interdisziplinären Kontexten zu arbeiten im Vergleich zu dieser sturen Arbeitsteilung? Also fachspezifisch Menschen aufzuteilen und Arbeit entsprechend zu organisieren, dass sie in verschiedenen Fachgruppen oder Fachteams sequentiell in der Regel natürlich auch noch abgearbeitet werden. Was ist so ein ganz großer Vorteil davon, dass ich eine Gruppe von Menschen habe, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und ihre Unterschiedlichkeit zum Vorteil des Gemeinsamen einbringen können? Also in einer Frage ist eigentlich schon die Antwort versteckt. Ein Stück weit, Ashby's Law, also wenn ich eine komplexe Herausforderung da draußen habe, einen Markt, für den ich etwas entwickle, ob es jetzt intern oder extern ist, dann ist es meistens komplex und nicht ganz a priori vorhersehbar, was da hinten bei rauskommen soll und was dann erfolgreich sein wird und was unsere Kunden glücklich macht. Und da werden Überraschungen passieren und da macht es Sinn, viele unterschiedliche Perspektiven einzubringen, um eben darüber über die Schwarmintelligenz quasi eine möglichst gute Lösung hervorzubringen und eine gute Chance zu haben, dass wir auf die richtigen Lösungen kommen, indem wir eben nicht nur eine Perspektive haben, nicht den einen Single Point of Failure, der sagt, wie es zu tun ist. Aber jetzt auf die Skalierung abgesehen, geht es ja vor allen Dingen darum, dass wenn ich möglichst viele Kompetenzen in einem Team zusammen habe, sodass dieses Team an einem Thema arbeiten kann, ohne jemanden zu brauchen mit einer Kompetenz, die wir eben nicht im Team haben. Also die Idee ist, in dem Team möglichst alle Kompetenzen zu haben, die wir normalerweise brauchen, sodass wir autark, ohne auf andere warten zu müssen, ohne andere überhaupt nur fragen zu müssen, einbinden zu müssen, autark in unserem kleinen Team mit kurzen Wegen an dem Thema arbeiten. Der typische Controlling-Einwand wäre jetzt, aber was mache ich denn mit den Leuten? Die brauche ich ja gar nicht die ganze Zeit. Jemanden, den ich sonst typischerweise nur 10 Prozent der Entwicklungslaufzeit habe, der ist jetzt die ganze Zeit mit dabei. Was mache ich mit dem? Hatte ich tatsächlich schon mal. Also es gibt auch die Ausnahmen. Ich habe auch Konstellationen erlebt, wo es dann sinnvoll war, dann doch vielleicht den einen oder anderen Springer zu haben. In den meisten Fällen klappt es aber ganz gut, weil selten ist eine Person nur Super-Experte und will nur das machen, sondern die meisten Menschen haben ja mehr als ein Interesse und mehr als eine Kompetenz, sodass es eben oft gut funktioniert, dass zum Beispiel ein Grafik- und Frontend-Designer auch Testfälle mitschreiben kann, sich dort reindenken kann oder auch testet dann hinterher. Ein Tester kann auch mal programmieren. Also meistens sind, viele Menschen sind offen oder man arbeitet verstärkt eben zu zweit oder direkt im Team Mobworking oder Pair-Programming, wo einfach gerade wenn es um knifflige Probleme gibt, wo die Lösung noch nicht auf der Hand liegt, wo man nicht sagen kann, hey Thomas, das ist doch was für dich, da kennst du dich aus, sondern wo alle ein Fragezeichen haben, dann macht es total Sinn, einfach mit allen Kompetenzen gemeinsam darüber nachzudenken und eine Lösung zu finden. Jetzt höre ich aber auch schon die Hardware-Entwickler da draußen, die sagen, okay, mit der Software bei euch mag das vielleicht funktionieren, aber bei uns im Hardware-Bereich gibt es einfach mal Fachkompetenzen, die sind nicht so redundant, die sind sehr, sehr tief und sehr spezifisch. Aber auch da würde ich jetzt erwidern zu sagen, es ist eben Teil von diesem Deskalieren, rauszukommen aus der Vorstellung, ich habe einen Menschen, der nur eine vertikale Tiefe hat in seiner Fachlichkeit und der kann nur das eine machen und der ist nicht in der Lage, auch was anders zu machen. Meine Erfahrung ist, wenn solche Teams zusammenkommen, wenn die anfangen zu arbeiten, wird es natürlich am Anfang immer ein bisschen knuscheln, was diese Fachverteilungsthemen betrifft, aber mit der Zeit gerade dieses Mob-Arbeiten gemeinsam über verschiedene Disziplingrenzen hinweg an einer Tätigkeit, an einer Zielstellung zu arbeiten, führt eben dazu, dass es durchlässig wird, dass der Fachexperte Bereich 1 anfängt, Fachkompetenzen von 2 und von 3 auch noch mitzubekommen und so wird Wissen durchlässig. So entsteht in Summe mehr, als wenn jeder nur für sich in seinem Thema bleibt. Ich entwickle mit der Zeit ein Verständnis dafür, sodass Abhängigkeit noch im Team, also wenn ich etwas mache, dann hat das ja Auswirkungen vielleicht auf den nächsten Arbeitsschritt, den dann eben nur Thomas machen kann und ich das eben nicht machen kann. Aber ich weiß das dann mit der Zeit immer genauer, dass wenn ich A mache, dass es bestimmte Auswirkungen für Thomas hat und kann darauf eben entsprechend schon Rücksicht nehmen. Und das andere, die erfolgreichsten Teams sind nicht unbedingt die mit den besten Einzelspielern, was man beim Fußball bedingt sehen kann, aber es gibt immer wieder Mannschaften, die eben wirklich als eingespieltes Team andere Mannschaften über einen gewissen Zeitraum, vielleicht eine Saison quasi overperformen, die viel, viel besseren Ergebnisse auf den Platz bringen, als es quasi ihr Gehaltsgefüge irgendwie vermuten lassen würde. Das zeigt so ein bisschen, man braucht nicht immer die besten Einzelspiele, sondern ein funktionierendes Team ist viel mehr wert. Teamsport braucht Training, Teamsport braucht ganz viele Aspekte von Vertrauen, braucht unterschiedliche Funktionalitäten, unterschiedliche Erfahrungen und Kompetenzen. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen dazu beitragen können, warum Interdisziplinarität ein wichtiger Wirkfaktor ist, wenn es darum geht zu deskalieren, um dann am Ende auch wieder skalieren zu können. Und als zweites Thema hatten wir noch das Thema Fokus, was wir uns mal anschauen wollten. Also es gibt ja diese schöne Forschung von Gary Weinberg und Dr. Jeff Sutherland. Jeff Sutherland hat so ein Muster vorgestellt, was er Swarming genannt hat. Und das Ergebnis ist im Grunde genommen, je mehr Parallelität ich habe, das heißt, die mehr Menschen oder Teams in parallelen Kontexten gleichzeitig unterwegs sind, umso schlechter ist die Performance. Wenn ich in fünf parallelen Kontexten unterwegs bin, ist die Prozesseffizienz für alle fünf Kontexte nur noch 25 Prozent. Also ich verliere 75 Prozent meiner prozessualen Leistungsfähigkeit. Ich reduziere systematisch die Performance meiner Teams und meines Unternehmens. Aber gleichzeitig sind die Unternehmen so gebaut, dass man versucht, jede kleine Lücke, die irgendwo Personal noch hat, mit Arbeit auszulassen. Da gibt es einen wunderbaren Talk von Henrik Nieberg zum Thema Stop Starting, Start Finishing und Kontext Switching eben zu vermeiden. Also sehr einfach dargestellt zu zeigen, okay, wenn ich von einem Thema zum anderen springe, dass das keine gute Idee ist, weil auch Menschen Rüstkosten haben. Und Rüstzeiten vor allen Dingen, die zu Kosten führen. Wie komme ich als Unternehmen dahin? Ich möchte agiler werden oder was auch immer mein Anspruch ist. Ich schaffe es aber nicht mal, einen Kontext von einem kleinen Team von vielleicht sechs, sieben Menschen 100 Prozent ihrer Zeit sich auf die Erledigung einer bestimmten Zielstellung konzentrieren zu können. Was kann ich denn eigentlich tun? Wie könnte ich denn vorgehen, um den Fokus zu maximieren? Gute Frage, hast du eine Antwort. Also das Erste wäre für mich ganz klar erstmal zu priorisieren. Was ist unser wichtigstes Thema? Und alles das erstmal weglassen, was vielleicht gar nicht gerade im Moment so wirklich wichtig ist. Und sich mit den Menschen, die ich habe, mit den Teams, die ich habe, nur die Top-Themen zu bearbeiten, die den höchsten Mehrwert für mein Business, für meine Kunden, für meinen Markt haben. Und wenn ich da mal mit dem Kärcher durchgehe und auch mal ganz mit einem spitzen Bleistriff rangehe, dann finde ich garantiert Themen, die ich weglassen kann. Super Beispiel. Ich erzähle immer gerne, wenn ich Menschen erkläre, was denn ein Backlog ist. Da gibt es ja so diese Eisberg-Metapher. Das ist irgendwie über die Wasseroberfläche so die kleinen Sachen sind und darunter gibt es dann halt so die gröberen. Und das passt ja nur zum gewissen Punkt. Was ich viel spannender manchmal finde in bestimmten Kontexten, und da sind wir jetzt gerade, Thema Priorisierung, ist, dass es eine eindeutig sortierte Liste ist. Also wenn ich mir so eine Liste angucke, wo das Feld Priorität gefüllt ist, dann gibt es meistens 80 Prozent der Themen haben eine hohe Priorität. Und ich war mal beim großen deutschen Chemiekonzern mit vier Buchstaben im Multiprojektmanagement, als sie gerade die Projekt-Prio-Stufe 0 eingeführt haben, weil es zu viele Prio-1-Projekte im Unternehmen gab. Und das zeigt, Menschen sind schlecht darin zu priorisieren. Und so ein Tool, das Backlog, eine eindeutig sortierte Liste ist, dass es eben nicht 17 Prio-1-Themen gibt, sondern genau eins an Nummer 1, eins an Nummer 2. Wenn man das wirklich ernst nehmen würde, würde es schon viel helfen. Ja, die Leute, die sich mit Theory of Constraints, also Engpass-Theorie beschäftigen, die werden natürlich noch mehr dazu sagen können, was es eigentlich bedeutet, wenn ich meine Pipeline permanent verstopfe. Oder die Kambanieros wissen natürlich auch, was es bedeutet, wenn ich permanent mein Work-in-Progress-Limit überschreite. Aber ich würde schon auch ganz klar sagen, und da will ich gerne mal wieder den Hendrik Knieberg, den du eben schon erwähnt hast, nochmal zitieren, der ja gesagt hat, es ist einfach, zu einer neuen Aufgabe Ja zu sagen. Aber entscheidend ist, nur zu den richtigen Dingen Ja zu sagen und zu allem anderen Nein. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Tipp für eine Deskalierung. Schafft den ganzen Wasserkopf ab, schafft alles das ab, was nicht wirklich Wert schöpft. Denkt drüber nach, was heißt Wertschöpfung? Was bringt wirklich Nutzen für die Kunden? Was bringt uns wirklich im Business Relevanz? Und schafft alles das ab, was Wertschöpfung entgegensteht. Und da werdet ihr erstaunt sein, wie viele Themen ihr in eurem Alltag eigentlich sein lassen könnt. Stefan Veluda hat mir mal erzählt, was die bei Idealo mal angefangen haben, dass sie die internen Projekte radikal reduziert haben. Wenn ich mich recht entsinne, war es vor der Initiative, hatten sie so 30 parallel laufende interne Projekte, die noch neben der eigentlichen Produktentwicklung noch nebenbei gelaufen sind. Und sie haben das radikal reduziert auf ein, zwei oder drei maximal. Und das hat Überraschungen dazu geführt, dass die Themen halt viel, viel schneller fertig geworden sind. Genau, also man muss erst mal aus seinem Hamsterrad rauskommen. Das heißt, mit der ersten Priorisierung, vielleicht gelingt es mir nicht vom Start weg, alles weg zu priorisieren, was nicht wirklich für mein Business und für meine Kunden absolut relevant ist. Aber vielleicht kann ich mir ein bisschen Zeit besorgen, um noch mehr über meine Priorisierung nachdenken zu können. Das könnte ein erster Schritt sein, um dann sozusagen mich iterativ vorzutasten, dahin zu kommen, dass ich wirklich nur noch an Themen arbeite, die Wert für meine Kunden schaffen und mich ganz konsequent von den Sachen trenne, die mich in meinem Vorankommen aufhalten, die mich sozusagen davon abhalten, wirklich agil unterwegs zu sein. Und es lohnt sich da auch mal, sich die Leadership Principles von Amazon anzugucken. Da gibt es sehr viele Referenzen zum Thema Fokus. Zum Beispiel sagen sie, dass Teams nie größer sein sollten, als dass sie sich von zwei Pizzen ernähren können. Und dann kommen wir bei einer Menge von ungefähr sechs, sieben Leuten raus und entsprechend auch, dass man nicht an zu vielen Themen gleichzeitig arbeitet. Dort ist es so, dass man sich auf ein Thema konzentrieren soll, an einem Fokus arbeiten soll und beweisen soll, dass der Business Case, an dem man arbeitet, funktioniert. Und wenn man das nicht beweisen kann, dann wird man den Business Case einfach fallen lassen. Ich bin jetzt leider nicht gut vorbereitet, aber so vor ein paar Wochen ging ein Zitat eines Amazon, das ist nicht von Jeff Bezos, sondern von jemand anders, glaube ich, rum, ein Zitat. Was ist die beste Möglichkeit, um ein Thema auslaufen zu lassen im Unternehmen? Setz eine Arbeitsgruppe, die das neben ihrem normalen Job tun müssen, drauf. Dann wird definitiv nichts dabei rauskommen. Das führt uns langsam zum Ende. Wir sind ja großmundig gestartet mit der Ankündigung, wir reden über agile Skalierung. Wir haben die Hypothese aufgestellt, Skalierung ist eine Deskalierung. Also beginnt doch erstmal damit zu gucken, was hält ihr euch davon ab, im Kleinen agile Grundprinzipien einzuführen und macht euch dann Gedanken darüber, was müsst ihr machen, was müsst ihr abschaffen, damit das auf der kleinsten Einheitsebene im Unternehmen möglich ist. Und ihr werdet so viel darüber lernen, was euch als Unternehmen heute davon abhält, besser zu sein, dass ihr diese Muster, die ihr da erkennt und die Praktiken, die ihr entwickelt, nutzen könnt, um euer Unternehmen als Ganzes in Schritt weiter agiler und erfolgreicher zu machen. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Lieber Heiko, danke, dass du auch nochmal hier die Zeit gefunden hast, dieses kleine Gespräch zu führen. Und in dem Sinne, danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen, Feedback habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail. In den Shownotes findet ihr einen Link, zu unserem Kontaktformular. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.